Ein ganz interessantes Pferd sehen wir nun, das gestern schon mit einer Nullrunde glänzen konnte. Incredible Demus ist hier, vom Nababdere von Four Pleasure aus der belgischen Zucht. Neun Jahre jung diese Stute, die uns hier vorgestellt wird von Feischoch, der Schweizerin. Und das Suffix Demus, Pferdezuschauer, Sie wissen es sicherlich, weist hin auf den weltberühmten Springstamm des Joris de Brabanda in Belgien. Großmutter dieses Pferdes hier ist die weltberühmte Springstute Narkotik Demus 2 vom Darko und Chin Chin, die selber sehr erfolgreich im Sport vorgestellt wurde von Eric Lamaze für Kanada und selber schon mehrfache Mutter von internationalen Top-Springpferden ist. Ein ganz modernes Pferd, das hier die Tage wirklich schon begeistern konnte mit seinen Runden. Wurde zuvor schon geritten vom früheren deutschen Meister Mark Bettinger, der hier auch Feischoch trainiert, den wir nachher auch noch sehen werden in dieser Prüfung. Und da sieht man es mal wieder, gutes Blut lügt nicht, wenn man einen durchgezüchteten, sportlich durchgezüchteten Stamm hat. Dann kommen aus diesem Stamm immer wieder tolle Springpferde, so wie diese Incredible Demus, die uns hier mit der dritten Strafpunkt-Wein-Runde begeistert. Jawohl, klopft sie einmal mehr, fein gemacht. Also, ich sage mit euch, die 11-jährige Stufende Ascari von Ascari und Harnos Martin aus Franka oder France. Bitte. Ich gebe Ihnen viel Moon. Be paroleheристig. Ich gebe Ihnen weiter an. Ich gebe Ihnen an, um Pi gak DC tweet aç home. Begreriert zur Interessenz. Ich gebe Ihnenı schon nach5 Minuten, lions in seinem TI��. Vielen Dank.